Zehn Dinge, die Menschen wirklich nur in Filmen machen. Nur in Filmen laufen Leute die ganze Zeit mit Kapuze rum. In Filmen wird nach einem Telefonat nie Tschüss gesagt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Immer steht irgendwo ein Whisky-Regal rum. Stimmt, echt. Nach dem Techtel-Mächtel, nach dem Sex, müssen in Filmen die Frauen nie ins Bad. Auch der Mann nicht. Auch niemand. Schießereien. Jedes Mal verteidigt sich einer hinter einem Tisch. Ja. Kugeln zerstören alles. Platz 5. In jedem Film gibt es immer eine Stelle, wo der Bösewicht die Möglichkeit hat, den Guten umzubringen. Aber nein, er redet vorher nochmal 10 Minuten mit ihm. Es gibt einfach immer so ein übertriebenes Frühstück. Weißt du, was ich meine? Keine Sau-Frühstück unter der Woche so. Nur in Filmen gehen Frauen mit Make-up ins Bett. Die Leute im Film reden mit so einem Abstand. Man hat Mundgeruch tagsüber. Platz 1. Hintet es, dass in Filmen die Leute in die Dusche gehen und es hat sofort die richtige Temperatur. Stimmt. Like it if you like it.